Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag bei Eintracht Braunschweig und 200 SVE-Fans werden uns zum Auswärtsspiel begleiten. Und ja, es wird für uns nach der Länderspielpause noch mal der erste Einsatz. Es gab ein bisschen Zeit zur Erholung, Horst. Wie konntet ihr auch das ein bisschen für euch nutzen? Ja, es hat glaube ich ganz gut getan, mal kein Spiel zu haben. Irgendwie jetzt auf der VDR habe ich gedacht, ach, ist doch schön, wenn wir wieder über ein Spiel sprechen, was ansteht, dass wir uns darauf freuen können. Und so geht es den Spielern genauso. Ja, wir haben die Zeit gebraucht, auch mal ein paar verletzte Spieler wieder heranzubringen, die jetzt trainieren konnten und dementsprechend in bessere Verfassung wir uns präsentieren können als zuletzt. Und das ist immer das Ziel, dass wir das auf den Platz bringen. Aber erstmal bin ich froh über die Länderspielpause, also dass wir da Zeit hatten, ein paar Jungs wieder an Bord zu bekommen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch auf den Gegner blicken, ist zwar auf der einen Seite noch Tabellenvorletzter, auf der anderen Seite, ich glaube, Siebter in der Rückrundentabelle, also durchaus eine Mannschaft, die in der letzten Zeit überzeugen konnte. Wie siehst du sie derzeit? Das gibt das Spiel eben auch her, dass die Mannschaft sehr gefestigt wirkt mit immer wieder Offensivaktionen, die auch variabel sind, mit einer Grundidee und einem Grundsystem, wo sie wenig von abweichen bisher zumindest. Und da eben auch eine Verlässlichkeit dann auf den Positionen da ist und die Abläufe klar sind. Also insofern ist das erstmal anders geworden, plus die Intensität, die sie wählen, viele Sprints, die sie ziehen. Wir müssten da sehr, sehr aufmerksam sein und die Tabelle dürfen wir da ausblenden. Das ist nicht repräsentativ für das, was jetzt kommt. Das ist ein Spiel, wo wir beide sicherlich hart herum fighten werden, das Spiel zu gewinnen. Genell. Für eure Fragen haben wir nochmal das Mikro bereiten. Wer möchte. So. Jetzt seid ihr ja in der Ausgangsposition, die eigentlich gut ist für euer Ziel, auf jeden Fall Klassenerhalt zu erreichen. Wie wichtig ist aber dennoch gerade dieses Spiel, weil klar, es geht halt gegen einen Tabellentieferen und man kann sich da glaube ich dann mit drei Punkten fast schlussendlich rauskatapultieren von ganz unten. Ja, wir haben zwar ähnliche Spiele gehabt, schon mal gegen Rostock, dann auch gegen Wien-Wiesbaden, wo das Gefühl da war so, das ist ein wichtiges Spiel. Einmal, beide Spiele konnten wir nicht gewinnen. Das ist trotzdem so, dass wir unsere Punkte dann eben gegen Fürth geholt haben und anderweitig geholt haben. Es ist am Ende immer eine Summe, die wir zusammenrechnen wollen und am liebsten sind drei Punkte dazugekommen. Das ist das Ziel und gegen wen wir die Punkte holen, ist mir dann am Ende egal. Wir wollen es natürlich so früh wie möglich so haben, dass wir viele Punkte haben, dass auch die Wahrscheinlichkeit einfach von Spieltag zu Spieltag größer wird, dass wir die Klasse halten, dass wir einen guten Platz belegen und das geht aber nur, wenn wir weiterhin sehr, sehr fokussiert sind und nicht ständig auf die Tabelle schauen. Ja, dann frage ich mich noch personell. Wie sieht es denn personell aus? Wer ist denn, steht zur Verfügung? Sie haben ja schon angesprochen, dass ein paar wieder da sind nach der jetzt doch ein bisschen längeren Pause wie normal. Ja, wir fahren mit 20 Spielern Richtung Braunschweig. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Insofern sind da einige zurückgekommen. Ein Semi kann noch nicht mitfahren in den Wald und die Langzeitverletzten, die sind noch nicht dabei. Alle anderen sind im Bus und bis zum Wochenende wissen wir dann auch, wer spielt. Sie haben ja bestimmt schon was im Kopf, oder? Ja, ich habe ein bisschen im Kopf, aber trotzdem gibt es immer wieder noch Eindrücke, wo ich denke, vielleicht muss ich nochmal was anders machen. Ein paar sind erst kurz wieder eingestiegen. Wir hatten heute von dem einen oder anderen die erste Trainingseinheit, sodass ich das erstmal abwarten muss, was passiert über Nacht. Wie sieht es morgen aus? Dann trainieren wir morgen nochmal unterwegs und dann wird es final schon stehen. Aber ich muss auch immer wieder eine Rückmeldung abwarten und die passiert erst morgen früh. Wie ist es mit dem Osterfest? Wenn ihr gespielt habt, haben die Spieler dann zwei Tage frei oder gibt es dann erstmal nichts, weil sowieso schon relativ viel Erholungspause in Anführungsstrichen war? Ja, wir hatten jetzt viele Erholungspausen. Ich kann gerne nach dem Spiel nochmal überlegen. Stand jetzt trainieren wir, weil wir eben auch Jungs haben, die weiter trainiert werden müssen und behandelt werden müssen. Insofern kann das eigentlich nicht so sein, dass ich zwei Tage frei gebe. Ostern ist schon auch ein besonderes Fest, ist klar. Aber das Spiel wollen wir erstmal spielen, dann überlege ich neu. Ihr habt jetzt unter der Woche bekannt gegeben, dass ein neuer Spieler euch zur neuen Saison oder ein neuer Spieler hinzustürzt zur neuen Saison. Der ist jetzt wieder aus einer unteren Kategorie. Wir haben vor kurzem schon mal darüber gesprochen, wie man Regionalligaspieler plötzlich zu Zweitligaspielern macht. Ist das einfach vielleicht auch so ein bisschen Ihr Motto oder das Motto von Ole Burg? Von unten die Hoffnung kaufen oder die Hoffnungstalente kaufen und von oben die guten Talente zumindest ausleihen? Ist das so ein SVE-Gen oder wie kann man das sein? Wir haben ja über die Vorgehensweise jetzt nicht wirklich gesprochen. Ole und David, die scouten und sichten und sehen Talente und sehen gute Spieler. Und dann kommt es irgendwann zu einem Gespräch und schaue ich mir die an. Und dann kommen wir zum Final zu einer Idee, okay, das kann man machen, können wir verpflichten. Natürlich ist es jetzt ein Spieler, der aus der Regionalliga kommt, aber nichtsdestotrotz haben wir das eben auch hin und wieder gezeigt, dass das geht und die eigenen Spieler eben auch so weiterentwickelt. Aber ob das jetzt eine Grundidee ist, das muss wirklich Ole beantworten. Wir gucken, dass wir wirklich gute Spieler wieder für die kommende Saison zusammenbekommen, dass wir dann erfrischenden, mutigen Fußball spielen können. Und das wollen wir aber auch in dieser Saison noch zu Ende bringen. Sie haben eben gesagt, wir trainieren unterwegs. Wie sieht denn das aus? Ja, wir fahren bis zur Sportschule Grünberg, trainieren dort auf einem Trainingsplatz, dort an der Sportschule essen dort und fahren weiter. Das passiert alles am Freitag. Lukas Pinkert, Vertrag bekommen bis 27, jetzt kommt Carlos Seckinger wahrscheinlich zurück. Ist es möglich, dass ein Spieler, der so lange Vertrag bekommen hat, schon direkt auf der Bank sitzt, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat? Das ist durchaus möglich. Ja, also es ist unabhängig von Vertragsdauer, stelle ich auf, wo ich das Gefühl habe, die Mannschaft am Wochenende kann das Spiel gewinnen. Und da ist es auch egal, ob einer schon gesagt hat, ich werde den Verein verlassen oder ob er bleibt oder wie lange er bleibt, am Wochenende zählt es. Und darum geht es mir immer wieder, dass ich sage, perspektivisch können wir nicht denken, wir müssen gucken, was am nächsten Spieltag gefordert ist und danach werde ich aufstellen. Und deshalb ist eine Wahrscheinlichkeit da und auch eine Wahrscheinlichkeit da, dass er spielen kann. Ist Endspiel zu viel gesagt? Für mich sind es schon seit zwei, drei Spieltagen Endspiele, das habe ich den Jungs auch so vermittelt, weil wir einfach da klar machen wollen, wir wollen einfach dieses nächste Spiel nur sehen und diese eine Chance nutzen, um erfolgreich zu sein. Und mit diesem Gefühl, dass es etwas Besonderes ist, haben wir oft auch gute Leistungen gebracht und dementsprechend ist das schon länger bei uns das Thema. Es ist mal geglückt und mal weniger gut gegangen. In der vergangenen Saison gab es auch diese einseitigen Endspiele. Wenn man gewinnt, dann hat man es so ungefähr und das irgendwie hat man nie genommen, bis man musste. Also braucht man vielleicht den ganzen Druck oder es gab ja mal die Situation vor ein paar Jahren, dass ihr gar nicht mehr Druck umgehen könnt. Also ich persönlich habe das Gefühl, wir brauchen es nicht. Ich glaube, die Mannschaft hat jedes Mal immer wieder die Kurve bekommen, wenn mal Misserfolg sich andeutete und das Gefühl da war auch, wir müssen ein bisschen mehr jetzt liefern, dann war es dann da. Aber wir haben auch eben zehn Spiele mal gehabt, in denen wir sieben gewonnen hatten. Da war auch das Gefühl da, wir schaffen es weiterhin, die Leistung auf den Platz zu bringen und brauchen nicht unbedingt Niederlagen, um dann wieder fokussiert zu sein. Das war jetzt nach dem Wehenspiel in Fürth der Fall. Aber das ist eigentlich eine Ausnahme. Die Jungs gehen schon an den Start, um gut zu sein. Und dann kam eben auch noch Kiel hierhin und hat mit wenig Möglichkeiten Tore gemacht. Wir haben mit wenig Möglichkeiten keins. Und dann verlieren wir halt ein Spiel anschließend, dann ein gutes Spiel in Fürth. Aber so, das zeigt einfach auch, dass jedes Spiel wieder neu gespielt wird und dass man nicht großartig mit Wahrscheinlichkeiten rechnen kann. Die haben vorher so gespielt, also sind die jetzt so drauf und die Elversberger spielen so. Es ist immer neu zu spielen und spannend und ich glaube, deshalb kommen die Leute auch ins Stadion. Letzt, also vor der Länderspielpause die Wochen davor, war es ja wahrscheinlich eine Katastrophe im Training. Wenn man jetzt schiebe ich Hugo nach links und dann muss ich das, hat man jetzt wieder die Möglichkeit, jetzt können wir so spielen oder so. Ja, es ist sicherlich so, dass sich Möglichkeiten eröffnen, wenn Spieler, die auch vorher gespielt haben, wiederkommen. Das ist so. Und dementsprechend ist es jetzt wieder die Aufgabe zu sagen, wer spielt jetzt am besten, mit wem zusammen, in welcher Formation. Und wem muss ich mitteilen, dass er nicht von Beginn an spielt und trotzdem seinen Wert für die Mannschaft hat, weil er eben ruhigstwahrscheinlich reinkommt und dann das Spiel entscheiden kann. Das ist natürlich, wenn ein großer Kader da ist oder ein größerer Kader da ist, die Aufgabe. Und wir nehmen jede Aufgabe, so haben wir es auch genommen, als wir 17 Spieler nur auf dem Spielberichtsbogen hatten, wo klar ist, okay, dann muss halt einer mal auf der falschen Position spielen. Und falsch gibt es dann nicht. Hugo hat es links genauso gut gemacht wie rechts und, und, und. Also die Jungs haben schon ein Fußballtalent und dementsprechend müssen sie dann auch klar bekommen, dass es nicht die beste Position für einen gibt. Gibt es wahrscheinlich, aber am Spieltag muss er möglicherweise auf einer anderen Position genauso gute Leistung bringen wie auf seiner besten. Und, und dann sieht man eben auch erst, ob der Spieler wirklich bereit ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und auf seine Lieblingsposition eben verzichtet. Und das haben viele eben bewiesen und getan und mit einer Bereitschaft, wo ich sage, genau so müssen wir es machen. Und das spricht für den Charakter der Mannschaft, dass sie das so tut und das erwarte ich auch weiterhin so. Er hat den starken Sieg auswärts und dann kam der Tabellenzweiter, vielleicht an dem Tag nicht zu schlagen. Und jetzt spielt man gegen den Vordersten, der allerdings um sein Leben kämpft und im Hinspiel, oder nicht zu vergleichen ist mit der Mannschaft aus dem Hinspiel. Wie kriegt man das in die Köpfe? Ja, wir haben schon zweimal diese Woche Videos gezeigt vom Gegner, dass die Mannschaft sich darauf einstellen kann, wie Braunschweig jetzt gerade spielt und wie sie es, ja, wahrscheinlich haben sie auch wahrgenommen vom Gefühl her, wie das anders geworden ist. Und dementsprechend ist das ein wichtiges Mittel, das den Jungs nochmal zu zeigen, wie Braunschweig aktuell spielt ein Stück weit. Und dann sind die Jungs auch fokussiert. Und letztendlich sind sie halt am Spieltag immer so drauf, dass egal, wer der Gegner ist, wir hatten jetzt auch bei den Spitzenduellen nicht Angst vor dem Gegner, sondern haben einfach versucht, unser Spiel durchzubringen. Und das ist gegen Kiel nicht so gelungen wie, weiß ich nicht, auf Schalke oder sonst gegen gute Mannschaften auch schon mal. Und umgekehrt ist es auch so, wenn wir gegen Mannschaften von unten spielen, die im unteren Tabelldritten sind, müssen wir genau so gut sein und eben auch unsere Momente nutzen, Spielsituationen nutzen, um das Spiel zu entscheiden. Und das wollen wir gegen Braunschweig schaffen. Aber die Mannschaft ist da sehr klar. Also jedes Spiel, was wir hier spielen, ist auf Augenhöhe zu Beginn. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel sich entwickelt. So genau wie gegen Kiel. Wenn man die zwei ersten Chancen im Spiel hat, sollte man sie machen. Wäre gut. Also ich finde, das ist ein Vorteil, wenn man in Führung geht für unsere Mannschaft. Vor allen Dingen, da habe ich immer das Gefühl, dass da nochmal Energie kommt. Und trotzdem ist es so, dass wir haben zig Spiele in dieser Liga schon gesehen, wo es mal eine große Führung einer Mannschaft gab, die im oberen Tabellendrittel steht oder ganz an der Spitze und die wird verspielt. Und dieses Duell St. Pauli gegen Kiel, wo es 4-1 für St. Pauli Mitte, zweite Halbzeit stand und dann steht es auf einmal wieder 4-3. Ja, das ist nicht gekipptes Spiel, aber trotzdem zeigt das eben, dass in dieser Liga alles möglich ist. Selbst wenn wir einen beruhigenden, gefühlt beruhigenden Vorsprung haben, kann das sich drehen, wenn wir unaufmerksam sind und der Gegner eine Aktion hat. Dann kommt das Publikum, dann kommt vielleicht ein Tor und auf einmal ist das Spiel offener. Also wir müssen alle Spielphasen immer sehr fokussiert, konzentriert sein und unsere beste Leiste auf den Platz bringen. Das macht Braunschweig zu Hause gerne, dann die nach vorne. Das ist unterschiedlich. Also sie haben unterschiedliche Stilmittel, attackieren sie hoch mal, lassen sie ein bisschen fallen. Ich weiß jetzt nicht, wann sie das gegen wen gemacht haben und was der Grund dafür ist. Aber da sind sie auch flexibel, können sehr schnell umschalten, haben dann gute Hereingaben und sind da auch sehr präsent im 16er, haben aber auch das Mittel, mal einen langen Ball zu spielen und mit Kopfballverlängerung zu arbeiten, auf zweite Bälle zu gehen. Auch das ist ein Thema. Also sie machen schon vieles gut im Moment. Direkt die Anschlussfrage. Was machen Sie denn nicht so gut, damit die SV Elbersberg das ausnutzen kann? Ja, wir wollen gucken, dass wir einfach unser Spiel aufs Feld bringen, unsere Räume nutzen, dass wir schon auch den Gegner ständig irgendwie fordern, indem wir uns anbieten, freilaufen und wieder unsere Qualität bringen. Also es geht mehr darum, dass ich sage, wir wollen unsere Qualität aufs Feld bringen mit einer hohen Laufbereitschaft, mit guten Abständen, mit einer guten Kontersicherung und dementsprechend dann mehr Angriffe als der Gegner haben und da auch eine Konsequenz eben vom Tor haben. Ja, wie gesagt, das Ding von Schnelli, das war im Grunde ganz gut gegen Kiel. Die Ballernahme war gut, der Schuss war gut und da fehlen dann ein paar Zentimeter. Die müssen dann eben auch gegen Braunschweig dazukommen. Ja, jetzt haben wir es vorhin schon kurz angesprochen, der erste Spieler für die nächste Saison wurde verpflichtet. Wie schwer ist es aktuell für Sie? Weil ich denke, man muss planen für die nächste Saison. Ihr habt wahrscheinlich für den einen oder anderen Spieler auch aus euren Reihen einen Plan für die nächste Saison in der Tasche. Wie zweischneidig sind Sie gerade am Plan? Womit beschäftigt sich der Kopf auf der einen Seite der Woche, vielleicht sind auf der anderen Seite? Ja, es ist überwiegend schon eine Trennung in den Aufgaben. Deshalb bin ich da relativ entspannt und es kommt immer nur dazu, wenn wirklich eine Verpflichtung ansteht, dass Ole mir Bescheid gibt, schau mal rein, guck dir das mal an. Und dementsprechend gab es noch nicht ganz so viel Thema Zukunft für mich. Ich bin damit beschäftigt, dass die Mannschaft wieder eine Leistung bringt, die gut ist und bleib auch dabei. Es ist wirklich eher so, dass der Ole da strategisch plant und die Ideen entwickelt und die dann zu mir kommen. Wie wichtig ist das für den Erfolg, dass ihr auch so jetzt so lange und so gut jetzt, zumindest jetzt auf dem Papier, in der Ergebnis, wir können ja so die interne nie so genau sehen, aber wie gut ist es, dass ihr so gut zusammenarbeitet? Und wie wichtig ist das für Sie, dass es da über Jahre jetzt so perfekt passt? Ja, das ist für unseren Verein ganz wichtig, für mich persönlich auch. Ich kann auch streiten, das ist gar kein Problem, aber es ist doch wohltuender, wenn man sich relativ schnell einig wird. Und wir haben hin und wieder unterschiedliche Auffassungen, dann wird diskutiert und dann kommen wir immer zu einem Konsens. Und das ist schon außergewöhnlich hier in diesem Verein, weil ich doch viele Sportdirektoren auch kennengelernt habe, die schon sehr das Gefühl haben, sie wüssten, was eigentlich am Wochenende zu tun ist und das auch kundtun und manchmal einfordern. Da sind wir sehr, sehr offen. Trotzdem schätze ich eben immer wieder die Einschätzung von Ole und das hat einen enormen Wert, dass wir uns so gut verstehen, fußballerisch sowie menschlich, dass Erfolg auch da rauskommen kann, ist, glaube ich, offensichtlich. Und ich glaube, das spürt auch jeder Spieler, dass da eben auch keine Möglichkeit da ist, zu sagen, so, ich komme mit dem Trainer gerade nicht klar, da gehe ich mal zum Sportdirektor, zum Vorstand, so weiß ich nicht wem und heule mich da ein bisschen aus und habe Möglichkeiten, dass da Unmut in die Mannschaft kommt. Die haben mit mir den Ansprechpartner, das wissen sie und mit mir müssen sie klarkommen und schaffen sie in der Regel auch. Das heißt, vorhin wurde es schon mal angesprochen, vielleicht Endspiel oder auch nicht. Wird ja so ein bisschen von teilweise rein interpretiert, zumindest, weil es, glaube ich, drei wichtige Punkte sein können für euch, nicht müssen, aber können. Wann beschäftigt sich dann der Trainer eigentlich mit der nächsten Saison? Ja, das wird so sein, wenn wir die nötige Punktzahl haben. Das ist klar, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit zu 100 Prozent gegeben, dass wir die Klasse halten. Dann kann ich mir den Fokus legen darauf, was brauchen wir noch, wo können wir noch hingucken. Das ist Oles Part jetzt schon, ja, der muss es schon machen und macht das auch. Aber für mich, da hält er mich Gott sei Dank auch raus, weil ich habe wirklich die Aufgabe, die Spieler wieder gesund zu bekommen, wieder auf Niveau zu bekommen und dann Formationen zu finden, die gut gegen Braunschweig spielt und anschließend eben auch das nächste Heimspiel vorzubereiten. Und deshalb bin ich da auch erleichtert, dass ich mich nicht ständig mit diesen Aufgaben beschäftigen muss. Was machen wir eigentlich? Welche Spiele sollen kommen und wo brauchen wir was? Wir besprechen es am Rande, aber die Planung liegt bei Oles. Siehe, es gibt dann keine Rückfragen mehr. Dann danke ich euch fürs Kommen. Wir sehen uns zum Teil dann am Samstag in Braunschweig. Einen anderen schönen Ostertage. Wir sehen uns zum nächsten Mal.